Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Wien-Fakten auf W24. Nächste Woche erwartet Wien wieder Besuch des britischen Königshauses und bereits vor knapp 50 Jahren war auch schon einmal die Queen in Wien und da hat sie ihr Besuchsprogramm unter anderem hier in den 22. Bezirk geführt. Bei ihrem Staatsbesuch im Mai 1969 besuchte Queen Elisabeth II unter anderem auch einen Wiener Gemeindebau in der Donaustadt. Und genau vor diesem Gemeindebau sind wir heute, die Marschallhof in Kaisermund. Das Schöne ist, auch heute wohnen noch einige Menschen hier, die bereits beim Queen-Besuch im Marschallhof gewohnt haben und mit einer Dame haben wir uns unterhalten. Sie wollte sich allerdings nicht von vorne filmen lassen. Da ist die Königin gekommen und da durften nur wir, die im Haus wohnen, durften runtergehen und mein Sohn war damals ein Baby, ich habe ihm gehalten. Sie hat eine Wohnung besichtigt und das Auto ist nämlich bisher gefahren und dann ist sie wieder weggefahren. Ja, es war für uns eine Aufregung.